Ok, ich bin jetzt hier, um ein Tischtennis-Spiel zu machen. Ich habe mir den größten Gegner in der Galaxie ausgesucht. Es ist mein Vater, unschlagbar. Haben wir kurz zeigen? Alright, bist du bereit? Ja. Aber mit dem Schläger, nicht mit deiner Macht. Ja. Ok, und? Ja. Ja, ich muss. Ja. Geil. Okay, danke. Los geht's bei den Zonen. Los geht's bei den Zonen. Ja.